Hallo, ich heiße Bianca, bin 39 Jahre alt und habe heute meine Stute Sally Brown mitgebracht. Sie ist sechs Jahre alt, Hannoveraner. Ich möchte gerne Dressurpferde L jetzt reiten, dafür müssen wir einfach noch ein bisschen mehr Belastaufnahme üben. Man muss also gucken, dieses Temperament immer in Bahnen zu lenken, die für Bianca reitbar sind. Schwitzen, aufnehmen, zurück, leicht werden. Und traben, und traben, und traben. So, prima. Bei Bianca muss man immer gucken, sie ist ja sehr gefühlvoll da oben, sie kann sehr viel fühlen, auch was das Pferd unter ihr gerade macht. Man muss aber eben immer gucken, dass sie mutig genug bleibt. Ja, wir werden sehen. So, ich möchte mich jetzt nicht hier lese auf Edukarte erachen. Okay, jetzt sind wir ja dort. Ich kann auch nicht hier sein. Aber wenn wir jetzt hier haben, dann bis hier ein bisschen abschlauert. Vielen Dank.